Ja, hier mal ein ganz kurzes Infovideo, damit ihr Bescheid wisst, was hier gerade los ist. Seit ungefähr drei Tagen habe ich massive Probleme. Das Spiel stürzt mir dauernd ab, vor allem in Verbindung, wenn ich mein Videoaufnahmeprogramm im Hintergrund laufen habe, egal ob es gerade aufnimmt oder nicht, es muss nur im Hintergrund laufen, dann stürzt es schon untergarantiert ab, sobald ich die Zone wechsle. Angenommen, ich würde jetzt, wo ich das Video aufnehme, versuchen, auf mein Schiff zu beamen oder ich würde in meinem Schiff auf Warp gehen oder ich würde versuchen, einen Planeten zu betreten oder sonst irgendwie die Zone wechseln, würde das Spiel 100% sicher abstürzen. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit wirklich schon oft genug ausprobiert und habe versucht, ein Schlupfloch zu finden. Es geht halt derzeit nicht. Das Spiel hat seit ungefähr drei Tagen eine Unverträglichkeit zu meinem Aufnahmeprogramm entwickelt und es stürzt mir auch hin und wieder ab, wenn ich das Aufnahmeprogramm nicht im Hintergrund laufen habe. Ich habe einiges probiert. Ich habe versucht, eine DirectX-Diagnose zu machen. DirectX behauptet, es ist alles in Ordnung. Das glaube ich ihm sogar, weil ich ja da nichts dran verändert habe. Dann habe ich die Reparaturfunktion des Klienten ausprobiert. Mehrfach inzwischen sogar. Das hätte ich mir sparen können. Das war Zeitverschwendung. Es stürzt nach wie vor ab. Dann habe ich wegen der Art der Fehlermeldung, die ich dann bekomme bei den Abstürzen, versucht, den Grafiktreiber zu aktualisieren. Hat auch nichts gebracht. Jetzt dachte ich gerade, es stürzt ab. Und, ja, ich habe sogar den Klienten neu installiert. Hat alles nichts genutzt. Ich habe momentan halt einfach technische Probleme. Solange diese technischen Probleme andauern, macht es keinen Sinn, wenn ich versuche, weitere Videos aufzunehmen. Ich ärgere mich nur grün und blau, wenn ich das tue. Und entsprechend wird sich meine Laune dann auch auf die Videos niederschlagen. Darum lasse ich es erstmal. Sobald ich wieder aufnehmen kann, geht es auch weiter mit der Story im Delta-Quadranten. Bis dahin muss ich leider eine Aufnahmepause einlegen. Aber ihr wisst zumindest mal Bescheid. Ihr braucht euch nicht wundern, was Lumos ist. Und, ja, bis es dann also weitergeht, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.